Helfe Google ihre Dienste zu verbessern. Von Bilderkennung, Handschriften, Gesichtsausdrücken, Untertitel und mehr. Mit Googles Crowdsource kannst du das machen. Was da alles möglich ist und wie alles funktioniert erkläre ich dir in diesem Video. Als erstes schauen wir uns an, was du alles brauchst um Crowdsource nutzen zu können und auf welchen Geräten du es verwenden kannst. Dann nehmen wir die Oberfläche im Detail auseinander und welche Möglichkeiten es gibt Google zu unterstützen. Du kannst in der Videobeschreibung zu den einzelnen Punkten springen oder das Video durchlaufen lassen um nichts zu verpassen. Dieses Video kannst du auch nochmal als Artikel auf simontutorial.de slash crowdsource lesen und für mehr solcher Tutorials kannst du meinen Kanal kostenlos abonnieren. Um Google Crowdsource verwenden zu können, brauchst du ein kostenloses Konto bei Google, um deinen Vortritt speichern zu können und damit Google sieht, welche Inhalte von wem kommen. Du kannst dir ein kostenloses Konto bei Google direkt auf der Startseite erstellen oder dich mit einem bestehenden anmelden. Du kannst Crowdsource als App auf deinem Smartphone oder Tablet nutzen oder direkt über das Web an deinem Computer. Links zu allen in der Videobeschreibung. Hast du dich erfolgreich eingeloggt mit deinem Google Konto oder dich registriert, kannst du direkt loslegen. Wir schauen uns jetzt alles im Web an, was äquivalent zur App ist. Auf der Startseite siehst du alle verschiedenen Möglichkeiten, wie du die Dienste von Google verbessern kannst, in Form einer Karte. Klickst du eine an, kannst du direkt loslegen, später noch mehr dazu. Neben den Namen und dem Vorschaubild siehst du an der rechten Seite, auch wie viele Beiträge du bisher in dieser Kategorie gemacht hast. Es kann auch sein, dass manche Möglichkeiten ausgegraut sind, da sie momentan nicht verfügbar sind. Also nicht wundern. Über den verschiedenen Möglichkeiten siehst du am rechten Rand dein aktuelles Level. Du kannst Level aufsteigen, indem du Beiträge machst. Am rechten Rand siehst du immer, wie viele Beiträge du insgesamt schon gemacht hast und wie viele du brauchst um ein Level aufzusteigen. Wenn du Levels aufsteigst, bringt dir das momentan nicht wirklich viel bzw. du bekommst keinerlei Vorteile für irgendetwas momentan, aber das kann sich vielleicht in der Zukunft ändern. Oben im Menü kannst du auf der rechten Seite, wie bei jedem Google Produkt dein angemeldetes Google Konto verwalten und alle Google Produkte aufrufen. Am linken Rand, neben dem Namen, kannst du das Menü öffnen, wo du auch in die Erfolgsübersicht wechseln kannst, welche wir uns gleich noch genauer anschauen, sowie die Einstellung aufrufen, Hilfe finden und Feedback geben. In der App hast du hier noch eine weitere Funktion, nämlich deine Bildaufnahmen zu verwalten, gleich noch mehr dazu. Schauen wir uns jetzt die verschiedenen Möglichkeiten an, mit welchen du Google unterstützen kannst. Als erstes kannst du Bildlabels bestätigen. Klickst du diese Schaltfläche an, musst du eine Kategorie auswählen, egal welche und dann werden dir Bilder angezeigt und du musst sagen, ob da dieses Objekt zu sehen ist oder nicht. Am linken Rand kannst du auch ein Bild überspringen, falls du dir nicht sicher bist. Oben im Menü kannst du über das Objektsymbol wieder zurück zu den Kategorien gehen und über die Flagge, kannst du das Bild als Spam melden. Als weitere Möglichkeit kannst du auch Handschriften erkennen. Hier bekommst du handgeschriebene Wörter oder Sätze, welche du dann darunter eintippen musst. Oberhalb des Textes, kannst du eine Sprache auswählen, welche normalerweise stimmen sollte, aber falls nicht, kannst du diese ändern oder du diese Möglichkeit auch auf einer anderen Sprache machen möchtest. Achte beim Eintippen immer auf die Groß- und Kleinschreibung und falls du etwas nicht lesen kannst, hast du auch die Möglichkeit hier den aktuellen Text zu überspringen. Als weiteres kannst du auch normale Wörter oder Wortgruppen übersetzen. Hier wirst du direkt in die Google Übersetzer Community weitergeleitet, wo du Wörter und Sätze von einer Sprache in eine andere Sprache übersetzen kannst. In der App wirst du nicht weitergeleitet, sondern kannst es auch direkt in Crowdsourcen machen. Neben der eigenen Übersetzung kannst du auch erstellte Übersetzung prüfen. Hier bekommst du dann auch ein Ausgangswort in deiner Ausgangssprache und musst dann festlegen, welche Übersetzungen richtig sind. Hier kannst du am oberen Rand auch die Sprache verändern. Im Web wirst du hier auch wieder zur Google Übersetzer Community weitergeleitet. Dies waren alle Möglichkeiten, welche in der App und im Web möglich sind. Jetzt gibt es in beiden Anwendungen aber noch weitere exklusive Möglichkeiten. So kannst du im Web auch noch Bildunterschriften bestätigen. Hier bekommst du dann ein Bild mit Text und musst entscheiden, ob der Text zum Bild passt. Auch hier kannst du Bilder überspringen und oben am Rand die Sprache ändern. Es kann sein, dass diese Möglichkeit nicht in jeder Sprache verfügbar ist. Zudem kannst du im Web auch Gesichtsausdrücke in Videoclips identifizieren. Hier bekommst du dann immer ein kurzes Video vorgespielt, wo ein Gesicht in einem Rahmen zu sehen ist. Unter dem Clip musst du dann auswählen, welche Emotionen das Gesicht in dem Rahmen im Video gemacht hat. Du kannst ganz unten rechts auch auswählen, dass es keine der genannten Optionen gemacht hat oder auch links wieder den aktuellen Clip überspringen. In der App auf deinem Smartphone kannst du auch noch so ähnlich wie das mit den Videoclips bestimmte Sätze eine Art von Gefühl auswählen. Hier musst du einfach eines der drei Emojis auswählen, welche am besten zum oberen Satz passen. Auch hier kannst du die Sprache ändern und einen Satz überspringen. Als letztes kannst du auch in der App Bildaufnahmen machen, wo du mit deiner Kamera Bilder machst und diese dann beschriftest. Achte hier darauf, dass du keine Urheberrechtsverletzungen oder sonstiges begehst. Alle deine Uploads kannst du im Menü auch nochmal aufrufen und verwalten. Wenn du jetzt fleißig mithilfst, steigst du mit deiner Beitragszahl Levels auf und bekommst Erfolge. Diese findest du alle im gleichnamigen Tab im Menü. Hier siehst du auf der linken Seite dein aktuelles Level und deine Anzahl von Beiträgen. Auch wie viel du noch brauchst um ein weiteres Level aufzusteigen. An den verschiedenen Farben und dem Beiträgenbereich siehst du wie viele Beiträge von welchem Aufgabentyp bekommen. In Zukunft sollen hier auch noch Statistiken abrufbar sein, wo die Genauigkeit deiner Antworten zu sehen sein sollen. Dies ermittelt Google indem sie die gleichen Beiträge von mehreren Leuten prüfen lassen und so die mehrheitliche gleiche Antwort als richtig sehen. Auf der rechten Seite siehst du auch deine verdienten Abzeichen. Was du für die einzelnen Abzeichen machen musst siehst du wenn du es anklickst. Sind sie farbig hast du das Abzeichen erfolgreich verdient in mindestens der niedrigsten Stufe. Sind sie grau hinterlegt hast du das Abzeichen noch nicht. Schaffst du es alle Abzeichen zu bekommen? Werfen wir nun zum Schluss noch einen Blick in die Einstellungen. Diese findest du im Menü. Im Web kannst du hier deine Sprache festlegen in welchen du Beiträge bewerten willst und kannst die Kategorie der Bildlabels personalisieren. In der App kannst du auch deine Sprache festlegen, sowie ob deine hochgeladenen Bilder geteilt werden dürfen mit deinem Namen im Quellcode. Auch ob du deine mobilen Daten für die App verwenden willst, kannst du hier festlegen. Schlussendlich hast du auch die Möglichkeit die App offline zu verwenden, wo du hier noch einige Einstellungen dazu tätigen kannst und abschließend auch über was du alles benachrichtigend werden sollst. Jetzt weißt du wie du helfen kannst die Dienste von Google zu verbessern. Du kannst dieses Video auch nochmal in Ruhe als Artikel auf simontutorial.de slash crowdsource lesen und für mehr Tutorials zu den Dienstleistungen von Google kannst du meinen Kanal gerne Cosmos abonnieren. Über das Bewerten und Teilen des Videos freue ich mich immer sehr und wenn du noch Fragen hast kannst du diese gerne in den Kommentaren stellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020